Ich bin hier mit Sertacay vom Fullring Pokerclub. Er ist der Verantwortliche hier und hat heute auch als Spieler teilgenommen. Das Spezielle ist, wir befinden uns heute im Pokerclub Fullring, wo sich neben dem Restaurant Pastoase gerade befindet. Einer unserer Sponsoren für die erste Saison. Wie war es für dich, heute teilzunehmen als Spieler an der Schweizer Nationalliga A in dem Klub, wo du normalerweise der Verantwortliche bist? Es hat mir Spass gemacht, heute zu spielen. Ich finde, die SPS hat das gut organisiert. Es hat wieder mal Spass gemacht und die Ring-Game-Variante ist sehr etwas Spezielles, auch für mich. Wir spielen zwar immer Ring-Game, aber in dieser Variante, dass ich meinen Stack multiplizieren muss und so gegen die Gegner antreten, ist etwas sehr Spezielles. Und ja, Pastoase, ich möchte mich auch bedanken für das feine Essen, das sie heute bereitgestellt haben für alle Beteiligten. Und ja, hat Spass gemacht. Cool, ja genau, du sprichst es an. Es ist ein wenig kontrovers momentan. Es wird noch ein wenig diskutiert bezüglich der Punktwertung im Ring-Game. Dass es möglicherweise vielleicht fast schon zu krasser Abstand ist. Dass man die letzten paar Plätze keine Punkte gibt. Könnte problematisch sein und es könnte unter Umständen angepasst werden. Was waren deine Erlebnisse? Du hast heute mit Ivan Schubarov teilgenommen. Es hat unterschiedliche Resultate zwischen den beiden. Womit hängt das zusammen und vielleicht insgesamt? Wie hast du das gesehen und was wäre die mögliche Anpassung, die man am Ring-Game vornehmen müsste? Ja, es ist natürlich immer schwierig, das an einem Spiel zu messen. Miner Meinung nach ist Ivan Schubarov ein sehr viel besserer Ring-Game-Spieler als ich. Also ich denke, er hat mehr Punkte geholt. Am anderen Tisch. Es ist sehr schwierig, das zu vergleichen. Aber im Long-Term glaube ich, wird Ivan immer mehr Punkte sammeln als ich. Und die Punktenverteilung von Ring-Games. Ich finde es okay, dass es ähnlich ist oder genau gleich ist wie beim Turnier. Es hat ähnliche Faktoren und es ist schlussendlich das gleiche Spiel. Von daher finde ich, dass es nicht so schwierig ist, dass man für die letzten paar Plätze gar keine Punkte bekommt. Wunderbar. Wir werden schauen, was da noch alles rauskommt. Die Sportkommission soll darüber noch mal ein wenig grübeln müssen. Ich danke an dieser Stelle herzlich, dass wir hier sein durften. Es war toll. Wir sind am Tag 9 zum nächsten Mal hier. Und wie gesagt, alle Utensilien hier waren wunderbar. Wir finden alles vor, was es braucht. Merci vielmals. Danke.